Kim Virginia Hartung und 24 Tim sorgen erneut für Schlagzeilen. Die beiden Influencer lernten sich im diesjährigen Dschungelcamp kennen und es funkte zwischen ihnen. Doch ihre Romanze hatte kein Happy End. Auf Instagram spricht Kim jetzt offen über die Gründe. Sie stellt klar, es kam nie zu einer Beziehung, aber zwischen ihnen ist keine schlechte Luft. Auf Instagram sagt sie, da viele fragen, wer wem das Herz gebrochen hat. Ich würde sagen, keiner von beiden hat dem anderen das Herz gebrochen. Sie erklärt weiter, ich habe mich damals aus verschiedenen Gründen zurückgezogen, aber wir haben uns ausgesprochen und sind seitdem gut befreundet. Auch kleine Streitereien tun ihrer Freundschaft keinen Abbruch. Sie betont, auch wenn wir uns manchmal kurz in die Haare bekommen, habe ich ihn total lieb. Damals waren echte Gefühle im Spiel. Im April antwortete die Beauty-and-the-Nerd-Kandidatin bei einem Q&A auf Instagram mit einem klaren Ja auf die Frage, ob sie verliebt sei. Sie sagte damals, dass sie und Tim zwar noch nicht in einer Beziehung seien, sich das aber bald ändern könnte. Wir sind auf dem besten Wege, verriet sie damals. Doch offenbar blieb es bei der Liebelei. Die Fans müssen sich also vorerst mit einer Freundschaft der beiden zufrieden geben. Ob sich daraus vielleicht doch noch mehr entwickelt, bleibt abzuwarten.